Willkommen zur wöchentlichen Zusammenfassung österreichischer Fanaktivitäten aus Liga 2, der Regionalliga und der Landesliga. Beginnen wir im Ländle, wo der FC Dornbirn auf St. Pölten traf. Ein paar Niederösterreicher begleiteten ihren Verein und sahen einen 3 zu 0 Sieg ihrer Elf. Admira Wacker traf im wichtigen Heimspiel auf den SKU am Stetten. Die Fans der Admira unterstützten ihre Mannschaft wieder von der Haupttribüne aus und zeigten im Verlauf des Spielspruchbänder mit folgenden Aufschriften. Auf jetzt Admirana und neue Saison nun mit neuem Sportdirektor. Am Stetten setzte sich mit 1 zu 0 durch. Wacker Innsbruck gastierte in Pots. Amizitia per Sempre hieß es zu Spielbeginn im Auswärtsbruck. Mit Doppelhaltern feierte die Gruppierung Wacker unser die Freundschaft zur Kurva Sud von Obermeiß. Zu Beginn des zweiten Abschnitts zeigte die Gruppierung Unterland eine Choreografie bestehend aus einigen Doppelhaltern und Fahnen. Unterland High in the Mountains, hieß es dazu. Innsbruck gewann mit 1 zu 0 und holte somit sehr wichtige Punkte. In Graz kam es zum Topspiel zwischen dem GAK und Blau-Weiß-Linz. Die Gruppierung Redfern der Roten Grazer gestaltete zum Intro eine Choreografie aus weißen Streifen und drei Überrollfahnen. Das zentrale Element war ein Hardrocker, der alle Ligen durch die sich der GAK in den letzten Jahren kämpfen musste, auf dem Rücken abgebildet hatte. Daneben wurden zwei weitere Blockfahnen mit einer Meistertür und Redfern-Aufschrift ausgebreitet. It's a long way to the top, if you wanna rock and roll, hieß es zu dieser optischen Aktion. Trotz einer 3 zu 0 Niederlage, feierten die Grazer ihre Mannschaft nach Spielende mit Gesängen und einer Pyro-Show. Die aktive Szene der Linzer verspätete sich um etwa eine halbe Stunde, machte sich jedoch gleich mit Böllern und Pyro bemerkbar. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es eine ansehnliche Pyro-Show. Dabei hatte man Unterstützung aus Regensburg. Danke, dass ihr bis zum Ende drangeblieben seid und für mehr solcher Videos, abonniert gerne den Kanal. Danke.